Der Kryptomarkt will uns mal wieder so richtig schön ärgern. Man sieht hier zum Beispiel Bitcoin. 38.900 Dollar nur noch deutlich unter die 40.000 Dollar gefallen. Minus 10 Prozent. Einfach mal so über Nacht nachgegeben. Ethereum nicht viel besser, eigentlich sogar schlechter, nämlich 2.800 Dollar deutlich unter der 3.000 Dollar Marke. Minus 13 Prozent. Das gilt eigentlich für den gesamten Kryptomarkt. Alles ist hier rot auf der Heatmap. Das einzige, was nicht rot ist, das sind die Stablecoins. Die Stablecoins halten tapfer ihre 1 Dollar Marke. Wenigstens irgendetwas funktioniert hier heute und das ist natürlich ein echt schwacher Trost. Der Bitcoin Fear and Greed Index, wir wissen ja, der hängt immer ein bisschen zurück. Der gibt also nicht das aktuelle Sentiment auf dem Markt wieder, sondern das ist ein bisschen rückwirkend, was man hier sieht. Steht jetzt auf Extreme Fear. Schon seit einiger Zeit ist das übrigens so. Also extreme Angst. Vor ein paar Wochen waren wir noch auf Gier und auf Euphorie eingestellt. Alles grün und jetzt ziemlich dick und fett hier im Orange. Ganz nah am Rot. Das ist nun mal im Kryptomarkt so. Innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von wenigen Wochen kann das von der einen Seite auf die andere umschlagen und hin und her. Und ja, ich hier in diesem Kanal, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht so sehr mit den Kursen. Ihr kennt das ja von mir auch nicht. Ich mache keine Chartanalysen oder ähnliches. Sondern es geht hier mehr darum, dass wir die Kryptotechnologie kennenlernen, dass wir die anwenden wollen und dass wir im Grunde irgendwo ein passives Einkommen aus Krypto beziehen. Insofern sind wir etwas unabhängig von den Kursen. Aber natürlich ist es schon irgendwie total zermürbend, wochenlang aufzuwachen und alle paar Tage eins auf die Mütze zu kriegen. Hier mal zwei Prozent, hier mal vier Prozent, dann wieder ein bisschen hoch und dann direkt zehn Prozent. Man sieht quasi, wie das Gesamtvermögen in Krypto gerechnet quasi täglich dahin schmilzt. Und das ist natürlich so eine der allerschwierigsten Phasen im Kryptomarkt, vielleicht dicht gefolgt von diesen Phasen, wo es die ganze Zeit irgendwie immer weiter seitwärts geht und eigentlich gar nichts passiert. Wo man sich ein bisschen vorkommt, wie wenn man in der Flaute steckt und irgendwie auf das kleinste bisschen Wind wartet, das einen dann mal so fünf Meter vorwärts befördert. Aber das Ganze ist natürlich eigentlich die Zeit, in der man sein Portfolio richtig schön aufbauen kann. Vorausgesetzt natürlich, man ist irgendwie gut vorbereitet auf solche Situationen und darüber habe ich ja auch in den letzten Wochen ein bisschen was erzählt. Zumindest in dem Curve-Tutorial, wo es dann darum ging, dass man also Stablecoin-Einlagen macht, dass man passives Einkommen erzeugt. Ich möchte aber jetzt nicht sagen, also hätte man sich besser vorbereiten müssen, wenn man jetzt hier ein Problem hat mit den Kursen. Davon bin ich weit entfernt, weil so etwas tut irgendwie immer richtig weh. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich haue jetzt einfach mal so ein paar Tipps raus. Was kann man eigentlich tun im Bärenmarkt? Wie kann uns Krypto helfen im Bärenmarkt? Und was mache ich jetzt in dieser Zeit? Und damit möchte ich jetzt direkt mal einsteigen. Es gibt natürlich so einige Themen, die es überhaupt nicht in meinen Videos schaffen, mit denen ich mich quasi hinter den Kulissen beschäftige. Unter anderem ist das hier Star Atlas. Star Atlas ist eine Art, naja, es ist tatsächlich ein NFT-Game, das auf der Solana-Blockchain läuft. Es beschäftigt sich mit einer Art 3D-Universum. Es ist also ein Spiel, das im Entstehen ist. Wenn es fertig ist, soll man hier quasi mit eigenen Raumschiffen durch so ein 3D-Universum brettern können und irgendwelche Schlachten schlagen und Handel treiben und ähnliches. Mit einer interessanten Hintergrundgeschichte Clans bilden oder Factions bilden und so weiter. Sehr viel Fantasie in dem ganzen Ding, auch wenn man bedenkt, dass das, was zur Zeit da ist, tatsächlich nur darin besteht, dass man irgendwelche bunten Bildchen kauft in Form von NFTs mit einer Textbeschreibung und diese dann auf sogenannte Weltraummissionen schicken kann. Im Klartext also quasi staken kann, weil man bekommt dafür dann Star Atlas Tokens. Die kann man eigentlich auch im Prinzip nur wieder einsetzen, um neue Raumschiffe zu kaufen. Also es ist eigentlich nichts anderes als eine Yieldfarm mit einem Gamification-Ansatz und es ist auch nichts ganz Besonderes Originelles hier. Und deshalb habe ich also auch beschlossen, das hier wirklich gar nicht in meinen Streams zu verwenden, weil es eins von ganz vielen Projekten ist und eigentlich auch meiner Meinung nach keinen echten Mehrwert für den Kanal bildet. Aber zur Zeit, wenn jetzt die Kurse runtergehen, dann schaue ich mir natürlich hier auch schon mal etwas gründlicher die Sachen an, denn eventuell kann ich ja hier das ein oder andere Asset für relativ kleines Geld abstauben, das dann womöglich später im Kurs steigt. Also, aber es ist nichts wirklich, nichts wirklich Nachhaltiges, das Ganze. Ein anderes Projekt, mit dem ich mich zur Zeit sehr intensiv beschäftige, aber quasi hinter den Kulissen, das ist Time Wonderland. Und Time Wonderland gehört eigentlich zu Frog Nation. Frog Nation ist eine Art Zusammenschluss von mehreren Projekten, die im Grunde von demselben Gründer stammen. Und dieser Zusammenschluss, dieses Ökosystem von Projekten möchte gerne unter dem Motto Occupy DeFi wieder zurückholen aus den Händen des Venture Capital Establishments in die Hände der DeFi D-Gens, in unsere Hände. So ein bisschen eine punkige Grassroots-Bewegung. Das ist zumindest so das, was hier so versprochen wird. Und die Projekte sind in der Tat ganz spannend, richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze dadurch, dass quasi Frog Nation jetzt SushiSwap übernimmt. SushiSwap ist ja in den letzten Wochen ziemlich in Schieflage geraten, weil quasi das gesamte Team sich auseinander dividiert hat. Man hat sich komplett zerstritten. Das Projekt war am Schlingern und in diese Lücke ist dann Daniele Sester eingestiegen. Das ist der Gründer und Erfinder der Projekte Abracadabra Money. Das ist quasi das Projekt, das Magic Internet Money rausgebracht hat, ein Stablecoin. Dann Popsicle Finance, eine Art Yield Aggregator und eine Plattform für Leveraged Yield Farming. Und dann eben auch Time Wonderland. Und Time Wonderland ist ein ganz eigenes Kapitel natürlich. Erzähle ich auch jetzt gleich kurz was drüber. Jedenfalls erstmal, also diese Bewegung übernimmt gerade SushiSwap, was ja ein Riesenmerger ist für DeFi-Verhältnisse. SushiSwap ist ja quasi einer der größten Exchanges, die es überhaupt gibt. Auf fast allen Blockchains irgendwie vertreten. Hat aber in den letzten Wochen so ein bisschen die eigene Richtung verloren. Und da wird also gerade daran gearbeitet, dass sich das ändert. Time Wonderland ist ein Projekt, das auf dieser Olympus-DAO-Welle aufgesetzt hat, die in den letzten Monaten hier über den Kryptomarkt geschwappt ist. Mit APY in Höhe von mehreren hunderttausend Prozent, 400.000 Prozent, 500 Prozent APY sind hier versprochen. Hier sieht man auch bei Wonderland, das sind immerhin noch 81.000 Prozent, die hier versprochen wurden. Und ich muss ganz klar dazu sagen, mathematisch gesehen ist das irgendwo auch valide. Diese Zahlen stimmen, sind aber im Grunde eigentlich nur ein Marketing-Gag. Man hat es in den letzten Wochen gesehen, alles was eigentlich auf diesem Modell basierte, ist in sich kollabiert. Wie unter anderem eben auch Olympus-DAO oder auch Time Wonderland. Das hat offenbar einige Leute sehr überrascht, dass diese APY nicht nachhaltig sein kann. Und deshalb wurden hier quasi schon die Mistgabeln und die Fackeln gezückt, um die Projektgründer hier auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Und das hat also echt einen ganz schönen Aufruhr in den letzten Tagen und letzten Wochen gegeben hier. Weil auch einige Leute sich richtig die Finger verbrannt haben. Und das Projekt ist aber im Umbruch. Time Wonderland ist ja im Grunde so eine Art Fonds, in dem man einzahlen kann. Und dann möchte man gemeinsam in neue Projekte investieren. Das Erste, was dabei rausgekommen ist, ist quasi ein Engagement in eine Wettplattform, für die dann alle, die investiert haben, irgendwie einen Airdrop bekommen haben. Aber so richtig innovativ war das eigentlich meiner Meinung nach nicht. Außerdem ist das ganze Modell dahinter auch nicht wirklich innovativ. Denn es gibt quasi einen Fondsmanager, der ist anonym, der sitzt jetzt auf den 800, 900 Millionen und investiert die in Projekte, die er für gut hält, die natürlich mit Feedback aus der Community und natürlich auch mit dem klaren Anspruch, dass man das eines Tages alles komplett dezentralisiert. Aber im Moment hängt alles von einer Person ab. Und diese Person ist anonym, sitzt hier quasi und macht alles für uns Investoren, was natürlich irgendwo überhaupt nicht Sinn der ganzen Sache ist und sich im Grunde auch komplett widerspricht mit dieser Occupy DeFi Idee. Aber immerhin, das ganze Projekt hat ein Riesenpotenzial. Insbesondere ist ja in den letzten Wochen André Kronje dazugestoßen. Und André Kronje, den muss man, glaube ich, auch gar nicht groß vorstellen. Also für diejenigen, die ihn tatsächlich nicht kennen, er ist die absolute Legende im DeFi-Bereich. Er hat im Sommer 2020 Jörn Finance gegründet, ist ein Entwickler, der also quasi Prototypen von DeFi-Projekten am laufenden Band raushaut. Unter anderem eben auch Keeper, Fixed Forex gibt es. Dann gab es, hat er Multichain.org, heißt es jetzt, also quasi AnySwap mitgegründet. Und das ist also jemand, der sich im Grunde darauf spezialisiert hat, neue DeFi-Projekte zu erfinden. Er multipliziert das Ganze dann nicht aus. Er ist kein Produktentwickler, der daraus dann fertige Produkte macht, sondern er arbeitet an Projekten, die Prototypen werden. Und daraus entstehen in der Regel richtig spannende Projekte. André ist einfach irgendwo so der Mitbegründer der gesamten DeFi-Bewegung seit 2020. Und wenn sich also jetzt Daniele und André zusammentun, dann ist das schon irgendwo eine ziemliche Manpower, die da vereint ist. Und da wird sicherlich auch einiges bei rauskommen. Vorausgesetzt natürlich, die zwei verstehen sich dauerhaft. Das ist auch nicht ganz gegeben, denn beide haben ein ziemlich großes Ego. Und gerade mit André hat es schon die ein oder anderen großen, großen Verwerfungen und Überwerfungen mit Projekten gegeben, die also in seinem Dunstkreis irgendwie entstanden sind. Sodass also man hier vielleicht ein bisschen die Daumen drücken muss, dass das hier alles gut geht. Aber das, ich empfehle einfach mal hier diesen Podcast oder was auch immer das ist. Also ein AMA mit André und mit Daniele, Frog Radio. Schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Gut, es ist zwei Stunden und sieben Minuten. Vielleicht ist das Interesse nicht ganz so groß, so lange Zeit damit zu verbringen. Hört mal rein. Ist super interessant, zwei echt helle Köpfe zu hören, die quasi über DeFi sprechen und ein neues Projekt vorstellen. Denn das, auf das die Community eigentlich quasi nur wartet und schon das Scheckbuch gezückt hat, um hier Geld reinzuschmeißen ohne Ende. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an mein Video Dot einfach mieten statt kaufen. Die Idee dahinter war damals, dass ich die Dots, die Polkadot Tokens, die ich für die Crowdlons brauche, einfach mal mir leihe bei Venus, anstatt sie zu kaufen. Denn das Kalkül dahinter war so ein bisschen, wenn jetzt die Crowdlons zu Ende sind, dass dann auch der Kurs von Polkadot ein wenig fallen wird und dass man also im Prinzip dann besser fährt, wenn man die Dots gemietet hat, sich ausgeliehen hat. Weil dann kann man die später günstig zurückkaufen und zurückzahlen, um dann also quasi einen günstigeren Kurs mitnehmen zu können. Und diese Position habe ich heute aufgelöst. Und man sieht hier also in diesem Video, hier an der Stelle, wie ich die Sicherheit hinterlege von 5000 Dollar in Form von USDT, also in Form von Tether. Das ist ein Stablecoin. Und dann später in dem Video mir dafür 40 Dot Tokens leihe. Damals lag der Kurs des Dot Tokens noch bei 40 Dollar. Und inzwischen ist der Dot ja bei irgendwo um die 22 Dollar angekommen. Also es hat so einigermaßen auch geklappt, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Der Dot Token würde dann nach den Crowdlons wirklich sinken. Allerdings war natürlich meine Prognose nicht so treffsicher, wie man eigentlich denken könnte. Denn die Faktoren, die jetzt hinter dem Kursverfall stehen, die sind ja nicht unbedingt, dass die Crowdlons zu Ende sind, sondern dass es einfach so ganz allgemeine Makrobewegungen gibt, die dazu führt, dass also der gesamte Kryptomarkt irgendwo rückläufig ist zur Zeit und der Polkadot davon eben auch als Kollateralschaden mit betroffen ist. Also damals geliehen 40 Dot Tokens für einen Wert von 1600 Dollar. Und weil jetzt der Dot immer mehr gefallen ist in den ganzen Wochen, ist es mir dann gelungen, die Anzahl der Dot Tokens, die ich geliehen habe, immer weiter zu erhöhen. Denn natürlich, die Sicherheit ist ja ein Stablecoin, die bleibt immer auf 5000 Dollar. Und das hier ist die Situation von heute Mittag. Ich habe das Ganze mal aufgenommen, wie ich das gemacht habe. Und da sieht man hier, dass also quasi die Sicherheit immer noch um die 5000 Dollar wert ist. Man hat sogar, wir haben sogar hier 51 Dollar an Zinsen generiert in den ganzen Wochen. Und die Sicherheit ist also stabil, während das Darlehen, das wir genommen haben, im Wert immer weiter verfallen ist. Also unser Darlehen wurde immer kleiner. Und das hat dazu geführt, dass natürlich unsere Kreditlinie immer weniger ausgeschöpft war und wir diese Kreditlinie also dann weiter ausschöpfen konnten, indem wir immer mehr Dot Tokens entnommen haben. Und zum Zeitpunkt der Auflösung hatten wir also insgesamt ein Darlehen von 116 Dot Tokens mit einem Wert von 2617 Dollar. Also das heißt, den Kursverfall, den konnte ich nutzen, um quasi mir immer mehr Dot Tokens zu entnehmen für dieselbe Sicherheit. Im Grunde ist das also nichts anderes als eine Short Position. Man hätte das Ganze jetzt hier noch weiter auf die Spitze treiben können und immer weiter entnehmen können, weil wenn die Kurse jetzt weiter runtergehen, kann man natürlich immer weitermachen. Aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, so jetzt ist Schluss an der Stelle. Insbesondere auch, weil der Zinssatz des Dot Tokens, den wir hier kriegen, auf 10% angestiegen ist. Also wir zahlen jetzt 10% Zinsen. Damals war das in einem Prozentbereich, als wir angefangen haben. Und das Ganze ist jetzt also nicht mehr zinspositiv, sondern zinsnegativ. Wird also Zeit, aus dieser Position rauszugehen, die Stunde, die Gunst der Stunde zu nutzen. Dafür habe ich mir also irgendwoher 120 Dot Tokens besorgt. Irgendwoher heißt, ich habe die einfach irgendwo gekauft. Man sieht es hier in dem Wallet. Und von diesen 120 Dot Tokens habe ich dann eben das Darlehen beglichen, das 116,5 Dot betrug. Und dafür konnte ich mir dann meine 5051 Dollar in Form von USDT zurückholen. Hier sind es jetzt 5049,55 USDT. Das liegt einfach daran, dass der USDT nicht immer genau 1 zu 1 an den Dollar gebunden ist, sondern um ein paar kleine Cent Beträge oder unter 1 Cent Beträge schwankt. Also 5049,55 USDT konnte ich hier dann abholen. Das heißt, mein Darlehen ist beglichen. Meine Sicherheit kann ich wieder zurücknehmen. Und dann habe ich mir die 116 Dot Tokens wieder zurückgekauft von den 5000 USDT. Und das Ganze habe ich abgewickelt, ganz simpel über Pancake Swap. Habe eben meine USDT benutzt. Das waren ursprünglich dann eben die 5049,55. Davon habe ich dann eben 116,5 Dot Tokens gekauft. Die haben 2629 Dollar gekostet. Und der Rest, nämlich die Differenz zu den 5000, die sind in meinem Wallet verblieben. Sozusagen ein bisschen als Gewinn. Die MAG-Korrektur habe ich auch noch bei einer anderen Sache heute genutzt. Und zwar geht es um den XC KSM Token, der Cross-Chain Kusama Token. Das ist ein Token, der quasi den Kusama Token auf Ethereum-kompatible Blockchains bringt. Das ist also im Prinzip eine Variante des Kusama Tokens. Der hat denselben Wert und man kann über diesen Mechanismus hier seine Kusama Tokens, die ja eigentlich im Polkadot.js Wallet zu Hause sind, auch über Metamask nutzen. Und dann hier zum Beispiel bei Moonriver gibt es eben die Yieldfarm und die Börse Solarbeam.io. Kann man die einsetzen. Und ich hatte in meinem letzten, in diesem Video eine Einlage gemacht bei Zenlink Pro in einem Pool. Der XC KSM USDC Pool, also es war eine Einlage aus diesen Cross-Chain Kusama Tokens und dem USDC für 131%. Und jetzt habe ich halt überlegt, also es gibt hier noch einen Mover Cross-Chain KSM, der hat aber nur 84% und genau denselben Pool gibt es hier bei Solarbeam. Auch, aber der bringt 372%. Und ich habe das umgeschichtet, weil die Überlegung folgende ist. Also wir haben jetzt im Prinzip eine Marktkorrektur. Die Kurse sind ganz weit unten. Es ist also eigentlich Zeit, auch mal ein bisschen einzukaufen. Und deshalb habe ich jetzt quasi eine Kombination aus Stablecoin mit dem Kusama Token umgewechselt in eine Position aus Mover und Kusama. Warum mache ich das? Weil ich finde beide Tokens gleichermaßen spannend. Ich möchte beide Tokens sowieso in meinem Wallet haben. Ich möchte die halten und insofern brauche ich jetzt den USDC nicht mehr. Ich verabschiede mich also von der sicheren Hälfte der Einlage und wandle die um in eine volatile Hälfte. Durchaus mit dem Risiko, dass beide Assets, nämlich der Kusama Token und der Mover Token weiter runtergehen. Dass meine Einlage also an Wert verliert. Aber diesen Verlust muss ich ja nicht realisieren. Das ist mir ja selber überlassen, ob ich verkaufe oder nicht. Und solange ich nicht verkaufe, mache ich auch keinen Verlust in meinem Wallet, sondern nur auf dem Papier. Das heißt also, ich muss den Mover und den Kusama Token, den XC Kusama hier nur lange genug halten. Und bis die Kurse wieder hochgehen. Ich bin ja davon überzeugt, dass eines Tages die Kurse wieder hochgehen, weil sowohl Kusama als auch Moonriver Projekte sind, die nicht einfach so verschwinden werden. Die werden auch nicht einfach so sang- und klanglos scheitern, sondern die werden irgendwann wieder hochgehen. Deshalb also einfach jetzt umgewandelt in Assets, die volatil sind, die jetzt dadurch, dass die Korrektur so heftig war, durchaus wieder ein Potenzial haben zu steigen. Klar, natürlich wird es darauf ankommen, die möglichst lange zu halten. Man braucht also auf jeden Fall im Grunde Rücklagen, damit man das hier nicht im Notfall auflösen muss. Und diesen Pool hier, den habe ich genutzt, weil er mir hier eine APA von 372 Prozent bringt. Und also das heißt, ein passives Einkommen in der Zeit, in der jetzt die Kurse unten sind. Und das ist absolut unschlagbar, denn mit dem passiven Einkommen kann ich ja weiter Tokens akkumulieren. Und das war die Idee hier, in diesen Pool einzuzahlen. Und um jetzt nochmal ganz kurz zu erklären, was ist die Mechanik dahinter, was ist der Gedankengang dahinter, habe ich nochmal ein Schaubild gemacht, um nochmal zu erklären, wie kann ich eigentlich einen Liquiditätspool nutzen, um im Bärenmarkt nach und nach Tokens einzukaufen. Das ist natürlich eine Variante, wie man es machen kann, nämlich man erhöht jetzt einfach das Risiko. Ich meine, man hat ja eigentlich schon richtig schön bluten müssen. Eventuell geht es ja sogar noch weiter runter, aber warum nicht jetzt ein Risiko eingehen? Man kauft einfach zwei Assets, die man sowieso haben will, bei denen man es sich leisten kann, sie länger zu halten. Tut das Ganze in irgendeine Yieldfarm rein, die richtig schön APY abwirft und macht es sich gemütlich und wartet, bis der ganze Zauber vorbei ist, bis beide Assets wieder steigen, geht mit Gewinn aus der Sache raus. Und hat währenddessen, das ist natürlich ganz wichtig, in gewisser Weise ein passives Einkommen, das es einem erleichtert, diese Geduld aufzubringen. Das ist der Unterschied zu einfach jetzt kaufen und hodeln, weil dann muss man einfach warten, bis es wieder hoch geht. In der Zeit hat man nichts in der Hand. Eine andere Variante besteht darin, dass man sich einen Pool aussucht, der aus einer Kombination aus einem Asset, das man sowieso hodeln möchte, besteht, und zur anderen Hälfte aus einem Stablecoin. Und diese Kombination ist sehr wichtig, dass man also eine Hälfte Stablecoin hat. Und ich habe jetzt hier mal einen fiktiven Pool bei SushiSwap angesetzt, der besteht aus Moonriver, aus Mover Tokens und aus USDC, also dem Stablecoin USDC. Und die Idee hier ist, ich möchte gerne Mover Tokens, Moonriver Tokens akkumulieren, jetzt im Bärenmarkt, aber ich möchte nicht direkt volle Möhre ins Risiko gehen und sagen, so, jetzt kaufe ich mir die einfach. Weil es kann nämlich sein, dass natürlich der Bärenmarkt, falls er überhaupt kommt, also ich sage nicht, dass wir jetzt in einem Bärenmarkt sind, sondern ich sage einfach nur, es ist einfach jetzt eine lange Zeit gewesen, in der wir nachhaltig immer mehr Verlust gemacht haben. Und es kann sein, dass es sich noch fortsetzt. Und dann, wenn wir also in einem Bärenmarkt wären und jetzt also einfach nur so kaufen würden, dann hätten wir natürlich quasi unser Pulver verschossen. Kurse gehen weiter runter, man sitzt auf den Verlusten und kann nicht raus. Und hat auch sonst nichts davon, weil man nämlich in der ganzen Zeit warten muss, bis es wieder hochgeht und wer weiß, wann das das nächste Mal ist. Aber wichtig, man braucht ein Asset in dieser Kombination, an das man glaubt, von dem man weiß oder denkt, dass es irgendwie wieder steigen wird. Ansonsten ist das Ganze natürlich Quatsch. Für mich ist das jetzt in diesem Beispiel der Moonriver Token. Ich bin auf SushiSwap, es gibt diesen Pool. Und ich möchte jetzt Mover Tokens nach und nach akkumulieren über die Zeit. Ich möchte also mehr Moonriver Tokens haben, ohne sie jetzt zu kaufen. So, dieser Pool hätte jetzt irgendeine APY, die lassen wir jetzt mal außen vor. Die bringt mir natürlich ein passives Einkommen, solange ich da drin bin. Spielt jetzt aber für die Betrachtung keine Rolle. Wie hilft mir dieser Pool jetzt in einem Bärenmarkt, Mover Token zu akkumulieren? Das ist der Pool. Ich habe den jetzt mal formalisiert hier. Wir haben 700.000 USDC in dem Pool drin. Im Moment sind 6.730 Mover Tokens da drin. Das ergibt einen Kurs von 104 Dollar pro Mover. Ist ja logisch, weil wenn man das durcheinander dividiert, ist das der Kurs. Also man hat der Mover, der da drin ist, ist jetzt 104 US-Dollar wert. Und jetzt möchte ich ganz gerne eine Einlage machen. Und ich habe 10.000 USDC, die ich gerne einlegen möchte in diesen Pool. Und damit ich das machen kann, brauche ich im gleichen Dollarwert Mover Tokens. Und deshalb brauche ich 96 Mover Tokens. Ich lege also insgesamt einen Wert von 20.000 Dollar hier ein. 10.000 Dollar in Form von USDC, 10.000 Dollar in Form von Mover. Und das geht ja bei diesen LP Pools bei SushiSwap nicht anders. Man muss immer den gleichen Dollarwert einlegen. Nach meiner Einlage sind in dem Pool also 710.000 USDC und 6826 Mover Tokens, weil ja 96 Mover Tokens hinzugekommen sind und 10.000 USDC ist ja irgendwie klar. Das ergibt dann für mich einen Poolanteil von 1,4%. Und das ist was, was später noch wichtig wird. Ich habe jetzt einen Anteil von 1,4% an diesem Pool. Wir gehören also von diesem Pool 1,4%. Und ganz nebenbei gesagt, der Kurs hat sich durch die Einlage natürlich nicht verändert, weil ich im gleichen Verhältnis beide Assets eingelegt habe. Und dadurch steigt eben beides, also Zähler und Nenner, das Verhältnis bleibt gleich. Jetzt kommt ein Wal, nämlich diese Frau hier und die möchte jetzt einfach mal 1.500 Mover Tokens auf einmal verkaufen. Und das ist jetzt aber nur ein Symbol, das ist eine Vereinfachung. In Wirklichkeit ist das jetzt die Zeit, die ich in dem Pool drin bin und wo nach und nach immer mehr Mover Tokens verkauft werden. Also es ist ja egal, ob das jetzt ein einziger Deal ist oder ob das irgendwie viele, viele Deals sind, die sich über eine längere Zeit ziehen. In diesem Symbol, in diesem Schema hier ist es einfacher so darzustellen. Also kommt ein Wal, 1.500 Mover auf einmal verkaufen. Natürlich macht das was mit dem Preis vom Mover in diesem Pool, denn das ist ja schon ein ganz, ganz erheblicher Anteil des Gesamtpools, der hier irgendwie dann erhöht wird. Und wenn diese junge Dame hier 1.500 Mover verkauft, an den Pool verkauft, dann landen die ja logischerweise in dem Pool drin. Das heißt, nach diesem Deal sind 8.326 Mover Tokens in dem Pool, nämlich 1.500 mehr, die 1.500, die verkauft wurden. Und sie hat natürlich einen Anspruch auf USDC, weil sie verkauft ja, bekommt dafür USDC zurück. Und die Anzahl der USDC, die ergibt sich aus einer ganz bestimmten Formel und ich habe dazu vor fast einem Jahr ein Video gemacht in meinem DeFi Tutorial ganz am Anfang meines Kanals. Und das werde ich hier auch jetzt mal einblenden gleich und da könnt ihr das nachschauen, wie diese Formel funktioniert. Die ist super, super simpel, absolut genial und aus dieser Formel ergibt sich dann, wie viele USDC man bekommt, wenn man hier Mover reintut. Also wie viele USDC bekommt sie für ihre 1.500 Mover und das sind genau 127.913 USDC. Okay, nicht ganz genau, sondern ein bisschen gerundet, aber es ist wirklich diese Zahl, 127.913 USDC. Und das heißt, diese 127.000 ungefähr USDC müssen ja irgendwo herkommen, die kommen natürlich aus dem Pool. Dadurch reduziert sich der Bestand von USDC in dem Pool um 127.000 und liegt dann, wenn dieser Deal zu Ende ist, bei 582.087 USDC. Ganz nebenbei, das ergibt einen neuen Kurs und dieser Kurs ist 85 US-Dollar pro Mover, denn die 1.500 Mover haben sie ja 127.913 USDC gekostet. Und das ist ein Preis und dieser Preis beträgt dann, wenn man es ausrechnet, 85 US-Dollar pro Mover. Das hat sie also letztendlich bekommen für die Mover, die sie verkauft hat. Und jetzt wollen wir aus dem Pool wieder raus. Wir sind bei 104 US-Dollar pro Mover eingestiegen. Der Kurs ist abgestürzt auf 85 US-Dollar pro Mover und wir sehen jetzt hier eine Gelegenheit für uns. Denn wenn wir uns die Pool-Zusammensetzung anschauen, dann ist das für uns spannend. Denn wir haben also jetzt einen Anteil an dem Pool von 1,4%. Und wenn wir rausgehen, dann bekommen wir 1,4% von den USDC, die in dem Pool drin sind. Und das sind genau 8.149. Und außerdem bekommen wir ja 1,4% von den Mover-Tokens, die in dem Pool drin sind. Und das sind 116 Mover-Tokens. Wenn wir also jetzt zu diesem Zeitpunkt aus dem Pool rausgehen, haben wir insgesamt 8.149 USDC in unserem Wallet und 116 Mover auch in unserem Wallet drin. Und das sind eben 1.851 USDC weniger, als wir reingetan haben. Weil wir haben ja 10.000 USDC reingetan. Gleichzeitig haben wir aber 20 Mover mehr, als wir reingetan haben. Wir haben ja 96 Mover eingezahlt und jetzt, wo wir rausgehen, haben wir 116 Mover mehr als vorher. Und das ergibt letztendlich ja einen Einkaufspreis, denn wir haben 1.851 USDC bezahlt und 20 Mover dafür bekommen. Und dann kommen wir auf einen Einkaufspreis von 92 Dollar und 55 Cent pro Mover. Also weniger als die 104 US-Dollar, die wir gezahlt hätten, wenn wir direkt am Anfang einfach nur Mover gekauft hätten, ohne das alles. Plus wir hätten das gesamte Yieldfarming, den Ertrag auch nicht gehabt. Wir haben also hier einen günstigeren Einkaufspreis bekommen als ursprünglich und gleichzeitig noch Yieldfarming-Erträge erwirtschaftet. Und diese 116 Mover, die wir jetzt in unserem Wallet haben, die haben ja das Potenzial, im Wert zu steigen. Und das heißt, wenn jetzt irgendwann der Kurs wieder hochgeht, dann haben wir im Grunde Mover-Tokens akkumuliert. Haben dadurch mehr Mover-Tokens als vorher, nämlich 20 Mover-Tokens mehr. Das sind die, die wir akkumuliert haben und die steigen dann später im Wert. Sodass wir also hier den Liquiditätspool im Bärenmarkt nutzen können, um erstens passives Einkommen zu generieren. Zweitens, Token zu akkumulieren, die wir sowieso haben wollen. Und drittens, dann gemütlich darauf zu warten, dass irgendwann der Wert dieser Tokens wieder steigen wird. Und der Nachteil von der ganzen Sache ist natürlich, dass wir erstmal in dem Moment, wo wir aus dem Pool rausgehen, einen Verlust zu verzeichnen haben. Denn die 8149 US-Dollar kombiniert mit den 116 Mover-Tokens ergibt nicht 20.000, die wir eingelegt haben, sondern nur etwas mehr als 16.000. Wir haben also, wenn wir hier rauskommen, vorübergehend erstmal 4.000 Dollar Verlust gemacht. Das ist aber auf lange Sicht nicht schlimm. Natürlich immer vorausgesetzt, der Moonriver-Token wird nicht irgendwann quasi auf Null fallen oder wird nie wieder steigen. Verliert sein Nutzen oder sonst irgendwas, was ich jetzt persönlich nicht glaube. Also das ist, wie gesagt, immer die Prämisse. Das ist ja ganz wichtig, man geht mit einer These in die Sachen rein. Und diese These, man muss die auch natürlich irgendwie im Laufe der Zeit immer mal wieder prüfen, ob das stimmt oder nicht. Und beim Moonriver-Token müsste man natürlich dann regelmäßig überlegen, hat dieses ganze Ding, diese Blockchain oder so überhaupt noch irgendeinen Sinn oder irgendeinen Wert. Und da gehe ich natürlich jetzt die nächsten zwei Jahre durchaus von aus, aber wer weiß, was noch alles passiert. Das ist die Idee dahinter, wie man die Liquidity-Puls im Bärenmarkt nutzen kann. Alle Sachen, die ich hier zeige in dem Kanal übrigens, findet ihr auf dbank.com. Ich habe einen Link in das Portfolio unten in die Videobeschreibung getan. Und ihr könnt hier im Prinzip nachschauen, wie die ganzen Assets verteilt sind. Auch wenn ich hier Umschichtung vornehme, wird sich das hier abbilden. Nicht alles, was ich mache in dem Pool, erzähle ich auch in meinen Videos, weil man kann nicht einfach für jeden Klick, den ich mache, hier ein eigenes Video produzieren. Und deshalb, also wenn ihr das nachverfolgen wollt, schaut euch das einfach an. Ich komme hier immer mal wieder drauf zurück. Also geht einfach auf dbank, ruft den Link auf, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Und dann könnt ihr das hier verfolgen. Was hier leider nicht drin ist, das ist das ganze Polkadot-Ökosystem außer Moonriver und Moonbeam. Das gibt es einfach auf dbank nicht. Und da gibt es auch, soweit ich weiß, noch kein richtiges Tool, mit dem man das nachverfolgen kann. Das kommt aber im Laufe der Zeit. Schaut euch das an. Ansonsten habe ich ja auch noch ein Twitter, irgendwas auf Twitter. Das steht auch unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr irgendwie, also manchmal veröffentliche ich da so einzelne Sachen. Ist aber jetzt längere Zeit nichts passiert, weil ich einfach quasi keine Follower habe, die sich da irgendwie drum kümmern und ich hatte dann auch keine Lust, da immer was reinzuschreiben für quasi drei Leute, die sich das dann wahrscheinlich gar nicht angucken oder so. Aber wenn da mehr Traffic ist, dann werde ich das natürlich auf jeden Fall weiter pflegen. Und hier sieht man noch, das jetzt noch zum Abschluss, wir haben noch eine weitere Position. Das ist unser Curve-Portfolio. Und das Curve-Portfolio, das ist hier in einem, glaube ich, sehr schlechten Zustand, aber nicht, weil jetzt die Assets alle in einem ganz schlechten Zustand sind. Im Gegenteil, es sieht eigentlich sogar ganz gut aus. Aber ich habe vergessen, hier Sachen zu staken, sehe ich gerade. Also hier sind noch quasi 4000 Dollar, die hier einfach so rumliegen und nichts bringen. Da muss ich mich jetzt heute mal drum kümmern, die vernünftig einzulegen. Was aber sehr wichtig ist, das ist, wir sind hier noch dabei, mit Shidao haben wir was gemacht. Und zwar haben wir unsere Curve-Tokens hier eingelegt und da ist die Health-Rate auf 1,69 runtergefallen, dadurch, dass der Curve-Token im Wert verfallen ist. Gehen wir einfach mal auf MyFinance vom Shidao. Diese Einlage findet ihr übrigens in meinem Curve-Tutorial. Das könnt ihr dann danach vollziehen, worum es hier geht. Für diejenigen, die jetzt wissen, worum es geht, hier gibt es jetzt ein bisschen was zu beobachten, was genauer zu beobachten. Das war ja bisher immer so ein bisschen auf Autopilot und weil einfach nicht viel passiert ist auf dem Markt. Und jetzt sind wir also in der Situation, dass hier die Health-Rate quasi ein bisschen gesunken ist. Wir dürfen, das darf höchstens bis 120 runtergehen. Wir sind noch bei 220 und dann gucken wir mal beim Curve-Token, wo ist der Liquidierungspreis? Der steht hier. Also aktuell sind wir bei 3,70 Dollar ungefähr Curve-Preis und liquidieren wird bei 2,17 Dollar. Ist also noch eine ganze Weile hin. Da müsste man auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen Auge drauf werfen. Falls die Kurse weiter nachgeben, muss man hier irgendwie in irgendeiner Form nachlegen. Und dasselbe gilt, ich habe hier mal meine Matic-Tokens eingelegt. Die bringen im Moment so 1,74 Prozent. Also das wird es auch Zeit, sich mal ein bisschen auf so einen Staub zu machen und zu neuen Ufern aufzubrechen, weil das ist mir zu wenig an APY. Vor allem, weil ich diese Positionen hier aktiv managen muss. Da habe ich also DAI, äh Mai, nicht DAI, also Mai-Tokens geliehen, 722 Dollar. Die liegen jetzt in Curve drin bei Polygon und die würde ich dann wieder entnehmen und hier das mal auflösen. Mir die Polygon, die Matic-Tokens nehmen und woanders einlegen. Während das Curve würde ich hier stehen lassen. Das macht gerade 51 Prozent APY. Das lassen wir schön stehen, lassen wir weiterlaufen, achten auf den Liquidierungspreis, dass wir da irgendwie drüber bleiben. Und ansonsten bekommen wir ja hier regelmäßig einen Airdrop an Sheetokens für diese Einlage. Einmal die Woche kommt der und da sind auch schon Sheetokens ange, haben sich welche angesammelt. Die sieht man hier aber glaube ich jetzt erstmal nicht. Doch hier 62 Sheetokens. Der Sheetoken, ja, also ich habe die dann auch wieder eingelegt und so. Jedenfalls, das bringt hier nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen was. Und das ist eine Art, die Curve-Tokens hier anzusammeln, bis man dann genug zusammen hat, um sie weiter zu verarbeiten. Das ist das, was jetzt hier im Grunde zu tun ist die nächsten Tage. Das einfach mal ein bisschen prüfen, hier auf diese Ratio zu achten, dass sie nicht zu sehr sinkt. Und eventuell hier zu handeln. Ja, das sind die Dinge, die man jetzt so tun kann. Das heißt also, Projekte angucken, die einen interessieren. Ein bisschen auf der Seitenlinie bleiben, nicht unbedingt in jeden Quatsch investieren. Also Time Wonderland ist super spannend, aber so wie das gerade im Umbruch ist, ist es vielleicht ratsam, da noch ein bisschen die Finger von zu lassen. Dann kann man natürlich auf jeden Fall diese ganzen LP-Pool-Positionen mal überprüfen und sehen, dass man auf dem Wege ein paar Tokens akquiriert, die man gerne haben möchte. Die Zeit aussitzen, irgendwie auf APY rumsitzen, die man irgendwie dann regelmäßig bekommt. Und ansonsten einfach weiter meine Videos schauen, weiter die Positionen ausbauen, die man hat. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Ich freue mich darauf, wenn wir jetzt gemeinsam weitermachen. Es wäre natürlich total schön, wenn die Kurse jetzt bald wieder hochgehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ist immer ein schönes Gefühl, morgens aufzuwachen. Alles grün, alles wächst. Ja, vielleicht kommt es ja im Frühling wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.